Und Willkommen zurück zur nächsten Folge Zombie Army Trilogy mit der Geisha Lilith und dem Herr Bitao. Hallo, hallo. Und ganz vielen Nazi-Zombies und ja, zum Glück wieder Munition. Bist du ready für die nächste Runde? I'm ready. Oh, ich kann die Fondschung. Ah, wow. Der Detscher ging auf mich. Jetzt kann ich die auch treffen. Hab was am Zahnfleisch. Kann ich frei reden, hab was am Zahnfleisch. Okay. Oh. Weißt du was? Ja, da waren welche, aber... Hier erstmal nochmal die Treppe hoch. Dann du mal noch ein paar Punkte. Ja. Oh. Goldbarren. Sehr schön. Wer hat die es jetzt? Anderen Teil Zombies und ein Goldbarren. Wer war hier nicht? Nö. Hier können wir nicht rüber. Naja, aber hier kommen wir rein. Yay. Kommt man wahrscheinlich nicht durch. So auf die Ecke hast du auch geräumt oder was? Mhm. Mhm. Ach, da kommt man natürlich auch hier. Muss ich sagen. Hm? Gibt es hier Explosives? Oh Gott. Nimm die Finger von der Tür. Ich hab meine Kombo abgebrochen, weil er mit dem Kopf weggewackelt ist wieder. Ey, ich schaff's super neben die Köpfe zu schießen, ne? So. Er ging glaub ich auf dich. Äh. Oh oh. Achso. Skelette. Achso. Achso. Achtung hinter dir, wie es gehört hat. um 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 2x9 2x9 auch cool hat er endlich mal wieder eine cinematik geschichte mal kurz die frauen ein bisschen aufgeräumt ja das ist gut so passt aus wie ein Doppelkill ne war es nicht das war ein Doppelkill ich wollte gerne mal gucken ob man hier eventuell das tour durchkommt da kommen noch welche siehst du dir etwas so gut ich stehe hier relativ ja ich sehe die voll nebelig da hast du nebel aber das war jetzt daneben die sind ja weit weg ich guck mal hier ob ich die Tür aufkriege ja mach das ich höre hier zwar lustige zombie geräusche sehe hier aber gar nichts ich habe auch nichts weiter zu looten irgendwie nichts was interessant wäre oh hallo und nochmal hallo ok da kommt wieder was nimmt ja gar kein ende hier da ist schon wieder irgendwas aufgestanden ich gehe mal kurz in die Kontrollen hier options anzeige tut sich alles nichts hallo hallo so 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 ich habe nur noch 5 Schuss ja dann sagen wir mal die leichen weg ja dann sagen wir mal die leichen weg ja dann bin ich 25 Schuss ach gott ja nachher muss ich die thompson nehmen ja gut dann nehme ich jetzt schon die thompson na gut dann nehme ich jetzt schon die thompson ok ja sagen wir mal so die thompson war insofern auch ganz sinnvoll weil es aber viel zu viel war ja das war es ich habe dafür die mp40 genommen die fing dann bloß an zu streuen also feuerstöße sind da eindeutig effektiver ja tut die thompson aber auch naja aber sind ja trotzdem umgefallen oh 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 safe house safe house Moment ich gehe mal um die Ecke gucken hier und ein goldbarren hey nice goldrausch hier goldrausch nice nice ok 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 oh das ist interessantes safe house deal erreicht das ist kein safe house guck mal da unten ok ok ich schieße wir erstmal zu Ende hier da schleicht doch noch einer ich habe doch eben noch einen oh ja ja das ist ein der die 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 ich habe gerade meine combo abgebrochen weil ich irgendwie gegen das sound wieder geschossen was das jetzt hier nein wie viel du hast 5000 punkte mehr als ich entspannt ich finde ich du stehst ziemlich weit oben das seit anfang an ich glaube der der nächste punkt ist das er müsste das ja eigentlich er ist erst mal voll machen hier über alter ist gut die ganzen minen habe ich ja noch nicht benutzt wirklich was das jetzt ist sie schon voll so ok ich würde sagen machen wir an der stelle noch mal wieder geschichten mit der nächsten folge von zombie army trilogy sind dann immer so kleine lustige nette folgen zwischen den ganzen kontroller schnitten finde ich ganz nett und kurzweilig danke dir bis hierhin dass du auf mein leben aufgepasst hast und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt zombie army trilogy zombie nazis schnetzeln kopf schießen ding sie um sie ist ein kopf ist oder der nebel schießen ich schieße daneben gehe ich schießt dann hinterher den kopf ok ich hoffe ihr schaut wieder rein bis zum nächsten mal ciao ciao ja 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 ja